Firmware über Systemstartmenü auf HP Enterprise Druckern laden Hinweis, mit diesem Vorgang kann ein Drucker nach einem nicht behebbaren Fehler wiederhergestellt werden. Schließen Sie einen USB-Stick an einen verfügbaren Anschluss Ihres Computers an. Der USB-Stick muss ein FAT32-Dateiformat aufweisen, da er andernfalls von Ihrem Drucker nicht erkannt wird. Rufen Sie HP, kommt Revers auf und suchen Sie nach Ihrem Drucker. Wenn mehrere Firmware-Versionen verfügbar sind, wählen Sie für Ihren Drucker die Version aus, die Ihrem Bedienfeldtyp entspricht, entweder FutureSmart 3 oder FutureSmart 4 oder 5. Befolgen Sie die angezeigten Aufforderungen, um die neueste Firmware für Ihren Drucker herunterzuladen. Extrahieren oder kopieren Sie die BDL-Datei aus der heruntergeladenen Datei auf das Stammverzeichnis des USB-Sticks. Wenn Ihr Drucker das Systemstartmenü nicht öffnet, führen Sie diese Schritte aus, um es zu öffnen. Schalten Sie den Drucker ein. Wenn das HP-Logo angezeigt wird und auf dem Startbildschirm Schritt 1 von 8 angezeigt wird, tippen Sie sofort auf das HP-Logo oder drücken Sie die X-Taste, je nach Modell. Wenn das Systemstartmenü nicht geöffnet wird, schalten Sie den Drucker aus und wiederholen Sie den Vorgang. Navigieren Sie mit den Pfeilschaltflächen zu Administrator und wählen Sie dann OK aus. Navigieren Sie zu Download und wählen Sie OK aus. Schließen Sie das USB-Laufwerk mit der BDL-Datei an. Den USB-Anschluss am Drucker an. Navigieren Sie zum USB-Stick und wählen Sie OK aus. Navigieren Sie zur BDL-Datei und wählen Sie OK. Die Firmware wird auf den Drucker kopiert. Dieser Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, erscheint eine Nachricht auf dem Bedienfeld. Entfernen Sie das USB-Laufwerk. Tippen Sie mehrmals auf den Zurück-Pfeil, um zum Startbildschirm zurückzukehren, und wählen Sie dann weiter aus. Warten Sie bis zu 20 Minuten, bis die Firmware aktualisiert wurde. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, startet der Drucker bis zum ersten Einrichtungsmenu. Legen Sie Ihre Druckereinstellungen fest und fahren Sie dann mit dem Drucken fort. Weitere hilfreiche Videos finden Sie auf unserem HP Support YouTube-Kanal. Wirkeln Sie Untertitelung des ZDF, 2020